und weiter geht's mit Anno so wo ist man aber mein Schiff ist so vital das bleibt einfach irgendwo stehen ach und eigentlich sind sie ja hier nicht immer noch ein bisschen ich möchte meinen Kaimauer weiter nach draußen verlagern oder es geht nicht welche deine schöne Kaimauer? Nein, die habe ich abgerissen Boot, warum tust du das Boot? Stop! ich habe nicht genug Zeit na schön ist was anderes aber so kann ich wenigstens Platz gewinnen ha minds Maybe ha ich weiß noch nicht ob ich so oder so bauen soll es sieht geil aus ich glaube so ist ein bisschen besser ja ich baue mal so so jetzt bin ich gern aber dass sie es mal gewappnet kannst du mir sagen was es ist was eine Proviant statt ein Proviant Magazin ist bei Juno Nozelt eine Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt was er hat eine Insel besiedelt ja ich habe eine Insel besiedelt ja Gott segne mich Halleluja so ein paar Lagerhäuser gebaut achja ich kann jetzt auch woom endlich mal einen großen Konter bauen ach genau Schulturm wollte ich bauen aber da braucht man ja mehr Steinen für wo ist mein Steinschiff ich bin gern bereit mit erhöhte Geschwindigkeit plus 10 ich weiß nicht ob ich nochmal neu würfeln soll oder nicht Sichtweite wer braucht Sichtweite keiner braucht Sichtweite wenn es weiter nichts ist womit ich behilflich sein kann so mehr Werkzeuge abholen go go ah da scheint mein Steintransport angekommen zu sein warum wird es auch fakt das kostet ja alles so viel wie ist um das Gebäude womit du die Kosten senken konntest Produktionskosten senken mit Vogtai Druckzeug genau ja lieber hier bauen oder da das schließt schon ein paar mehr ein als das das dann müsste ich die Schenke schon wieder abreißen die armen Leute bei dir nie haben sie ein echtes Zuhause und es brennt natürlich genau da wo ich den Scheiß Schulturm jetzt hingebaut habe brennt es Korsaren greifen eines ihrer Schiffe nennst du das die ganze Zeit Schulturm nein das klang die ganze Zeit bei mir so ich sag Schulturm hat aber Ähnlichkeit mit dem Schulturm ne nein ich kann mich nicht verteidigen Schiffe wo seid ihr Eile zur Hilfe mit diesem Schiff werde ich bis zum Rand der Welt Kevin hilf mir hilf mir du Arsch das ist ein solches Gewinn tun würde würde es daneben stehen und lachen feindliche Schiffe wurden in ihren Hoheitsgewässern gesichtet was wünscht ihr kann ich schleim ne kann ich noch nicht so wirklich mit meiner Gastfreundschaft hä äh äh die Interessen des Kaiserreichs zu vertreten kann ich mir bitte nochmal Geld geben oh ich hab äh ja ja das das reguliert sich schon ok ist dies etwa ein Zeichen eurer Wertschätzung oder eurer Wahrscheinlichkeit nicht ich hab die doch angenommen Korsaren greifen eines ihrer Schiffe plötzlich war so ein Lumpenpack bei mir und meinte äh wir sind jetzt da alter Schwede wie assi Alter wie der Hassan mich einfach mal töten will ja das sowieso aber das äh interessiert mich ja nicht mach 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 aber da ist nichts in der Nähe man muss ich jetzt an jedem scheiß Hafen so ein Bärmichernismus machen das geht doch nicht die Details bleiben besser so schuld tun kann ich da was mit machen nein ah dieses Haus muss an einer Straße angebunden sein interessant schön zu wissen könnte ich mal ein bisschen verschönern mit so ein paar ja ich verschönere bereits meine Siedlung kein Geld ich musste grad so ein paar Bettlern wieder Millionen Euro geben ach ist das nicht eine schöne Siedlung ach ist das nicht eine schöne Siedlung warum steht da random ne Mauer bei mir in dem Dings ja ja toll ne ja schön oder so ähnlich die Schiffe machen grad nichts besonderes bei mir langweilig und wenn du mir sagen kannst wo man da wird es ist ah da ist mein Chef mein Chef mein Chef mein Chef mein Chef so wie sieht es aus mit 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 hier 16 Tonnen und mein Bierschiff ist gerade nicht mal ansatzweise in der Nähe hier Schiff ergo ich produziere zu wenig noch Alarm fahren eines ihrer Schiffe wird von Korsaten überfallen warum wir jetzt jeder von mir Geld haben die neue Insel entdeckt huh neue Insel entdeckt der Fug das wo warum fährt mein Kerl da lang der soll doch das da in jeglicher Hinsicht so so ich lade jetzt gleich mal ein bisschen steinier auf dieser Insel ab und dann baue ich da nochmal ein bisschen was für unsere Bierfreunde hast du auch gerade den Erfolg hier bekommen nein Taten sagen mehr als Worte den hast du wohl alleine gekriegt weil du immer alle Aufträge machst wir haben viel über den Orient gelernt einfach du spielst 3 Stunden im Multiplayer ohne die Chatfunktion zu nutzen ah cool ne bei mir steht nur Kartoffel hat den gekriegt wululu Tja was wollte ich jetzt tun irgendwas mit ein feindlicher Scherge treibt sich in ihrer Schüssel ich glaube ich weiß aber warum weil du die ganze Zeit rausgeflogen bist und ich ja dann über so eine ganze Minute weiter gespielt habe ne ich denke mal das heißt am Stück weil wir jetzt wahrscheinlich 3 Stunden am Stück aufnehmen aber nimmst du nicht 3 Stunden am Stück auf? ja schon ich brauche nicht im Chat drin ich habe nur einmal so ein so ein Menü geöffnet dadurch dass ich den Screenshot gemacht habe aber ist mir auch relativ egal ich habe aber auch noch nie ah fuck it nein der ist untergetaucht scheiße ich bin zu spät nach dem Schergen suchen gegangen vor allem ein total behindertes bei mir wird nichtmals mehr angezeigt wenn jemand krank ist oder so sondern die sind einfach krank fertig ich bekomme davon gar nichts mehr mit dann gucke ich meine Stadt warum habe ich plötzlich wieder negative Steuern sogar fuck was ist passiert außer Geld ne aber das ist einfach bei mir so ich mache Minus und plötzlich eine Sekunde später plus 300 und weil du mir jetzt sagen wirst ein Hut 300 ist doch gar nicht viel bleib blablabla aber wenigstens verschuldigen mich nicht das wollte ich gar nicht eine neue Hut herstellen wieso habe ich jetzt wieder keine Gewürze mehr ich habe gerade eben 60 Tonnen hier abgeladen da kommt er jetzt mit nur 38 Tonnen zurück was zum und ich kann meiner Bevölkerung jetzt auch schon Pelze bieten du bist toll also ich bekomme noch nicht mehr Bewohner warum wird der Bierverbrauch trotzdem höher ach fuck ich habe das Schiff echt inaktiv gehabt na toll wahrscheinlich auch Lederkunden voll ah scheiße äh Stier wenn es weiter nichts ist womit ich behilfe bist du dich schon wieder mit Geraden rumschlagen ja ja aber ein Reinschuss oh und du hast deine Keimauern jetzt richtig befestigt und dich bei so random ja diesmal habe ich es richtig gemacht cool cool ne Enter Mannschaft aktueller Ruf bei Gavin Lenken 99 was aktueller Ruf 52 oh yeah wie könnte ich böse sein weil ihr mich bewundert eure Schmeichelein über mein Auto ok Marie 37 was ja die durchblickt das immer wenn ich die durchblickt das immer wenn ich die durchblickt das immer wenn ich mich einschleimen will lasst mich euch ein wenig unter die Arme gereicht machen die Marie hätte sicherlich nichts gegen wie kein Brot wie Spiel schon wird gespeichert Spiel gesichert hier ist wie viel nicht die wie Fall wie hier